Willkommen zu Let's Test, Five Nights at Freddy's. Es ist ein ziemlich gruseliges Spiel, habe ich gehört, nachdem ein paar meiner Abonnenten mich darum gebeten haben, dieses Ding mal zu Let's Testen, sage ich. Okay, also worauf warten wir noch? Los geht's. Aha, aha, Familienpizzeria sucht einen, der in der Nacht aufpasst, okay. Uh-huh, 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 uh-huh. Whoa. Uh. Uh. What the? What the? Hello? Hello? Oh. Ah, hello. Oh. Hello, Biggits. Uh, I want to have one of the message for you. Aha. Aha. I actually worked in that office before you. Oh. I finished my last week now as a matter of fact. So, I don't be a bit overwhelmed. Also, du hast den Job vor mir gemacht, okay. Nix? Okay. So, let's just focus on changing your mind first. Okay, diese Charakter sind noch da. So, let's see. First, there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read. Hey, it's kind of an illustrious date, you know. Um, welcome to Freddy Guysbury's Pizza. It's a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Guys, where entertainment is not responsible for damage to poverty or a person. What? Hast du tot gesagt? Ähm, was für einen Job habe ich mir hier gesucht? Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know. Okay. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Oh, is this an AG Anzeige? That's here, genau, here. 90%! Moment mal, I had 100%? Wieso? Wieso ist das jetzt weg? What the fuck was that? Aaaaaaaahhhhhh Aaaaaahhhh Oauuuuuuuuuuuu Ich muss haben sich angestartet. Aaaaaaahhhh Also, es wie Nacht im Museum, oder? Unglaublich. Asiche. So, concerning your safety, the only visual risk to you in the night watching here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endosmelting. Okay, listen to the doc. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beams, wire, and electronic devices. This is just what we'll see. So, you can imagine how having your head forcefully pressing the sign on those could cause a bit of discomfort and death. Bill and Hartsky would like to see the light of day, it would be your eyeball, teeth, and pop up in front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But, hey, first day snowmerees. Ciao, I'll eat tomorrow. Check those cameras. Remember to close the doors on the air. Hey, where's the asshole? Where's the asshole? Alright, goodnight. Verspun, bleib schön da. Come here, not. Oh, shit. Oh, shit. Where is he? Where is he? Das gefällt mir nicht Die funktioniert nicht Oh scheiße, wo ist das Huhn? Der Hass ist da Bunny ist hier Freddy ist immer noch an seinem Platz Wo ist Chica? Oh scheiße, Chica ist da Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Bunny, wo ist Bunny? Oh Wo ist Ah Bunny ist da Chica, wo bist du? Let's eat Nein danke ich esse nicht Ich bin auf die Head Ne nicht, Spaß Oh mein Gott, das ist schon cool Ähhhhhhhhh Chica Wow Wow Okay der ist immer noch da Oh mein Gott ich hab schon die Hälfte verbraucht Die Hälfte Energie, oh mein Gott Wenn die alle ist bin ich tot Oh Wo ist das hin? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Oh shit Oh Chica ist immer noch Ich bin umzingelt Oh Oh shit wo ist er Oh shit er kommt er kommt er kommt er kommt Oooh Azade Die Tür Die Tür die Tür die Tür Oh 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 Mein Gott Also nach meiner Letzt readers Auf ich hatte ich mir gedacht zeig rempl letz laatst Chip ist da Bunny ist da verdammt Mann, das gefällt mir nicht. Verschwindet. Wie steht's? Oh oh. Oh, what the? Oh, oh. Und Freddy, wie sieht's von Freddy aus? Oh, der bleibt immer noch da. Und Foxy, der ist auch da. Ja, nachdem ich mein Let's Show-Video gemacht habe über Mario, dieses, was ich unerwartet gemacht habe, haben die gesagt, ich soll doch mal das Let's Playen. Ich dachte, aber das ist nix, was ich gerne Let's Playen werde, deswegen dachte ich, wir machen mich einfach ein Let's Test. Oh shit, und ich habe nur noch 22 Prozent. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verschwindet. Bist du weg? Ja, ist weg. Okay, der ist da. Schnell, ich muss Energie sparen. Her, damit. Hallo. Oh shit. Und Chica will einfach nicht weg. Und Bunny erst recht nicht. Oh shit. Oh shit. Ich kann's nicht öffnen. Oh oh, ich stecke fest und die Energie läuft davon. Oh nein, ich bin tot, ich bin tot. Oh shit. Nein. Oh oh. Oh, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Na 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 na. Bist du freundlich? La na 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 na. Clown music. Oh, this is creepy. Hilfe. Hilfe. Ich bin abgefunden. Ähm. Hallo? 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 AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Oh! 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 Ich muss mich abbringen und ich weiß schon, wie Also, wenn euch das gefallen hat bitte ich euch bitte gib mir einen Daumen hoch, das ist so krass Ich hoffe, dieses letzte Test hat euch gefallen und das mache ich nie niemals, niemals als Let's Play Also, ich wünsche euch schönen Tag und Tschüss I really hate you Stopped getting in my way I've lost my patience When I'm young I'm gonna take care I want to draw you down To drive my broken TV I feel broken That one's gone Each time you drink They will see I hope you die in the fire In my heart Can only try and expire To drive my broken TV To drive my broken TV See what you desire To drive my broken TV I hope you're not so mooi Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020